hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier bei grümmel baut heute gibt es den zweiten teil zum aufbau von sembo 8 8 8 6 besteht aus 3629 teilen ist im marstab von 1 zu 8 und wir haben hier ein mclaren senna natürlich ohne wie heißt es lizenz dementsprechend steht ja nirgendwo mclaren oder senna drauf das ganze ist designt worden von sean es einem muck designer und der hat sich mit sembo zusammen getan um uns das ganze als set zu präsentieren ja unterteilt das ganze in zehn bauabschnitte die ersten fünf gab es in teil 1 schade gibt es keine übersicht ich vergesse immer wieder heute kommen die nächsten fünf also die letzten fünf dran und ich baue ihn ihr seht es gibt ihn statisch und motorisiert ich baue ihn statisch das heißt bei mir sind dummies drin und keine motoren die motoren werden von vornherein tief eingebaut dementsprechend muss man sich da vorher entscheiden wie man es denn gerne möchte ja kurz was haben wir bisher gemacht ersten fünf schritte sind quasi das komplette chassis mit vorderachse hinterachse türmechanismus mit laufender motor mit laufende lenkung und so die ganze rahmenstruktur und hier vorne ging es dann jetzt so im letzten abschnitt langsam an die verkleidung bisher keine fehler aber ich muss auch dazu sagen das ist ein gebrauchtes set ich habe es mir bei ebay kleinanzeigen gekauft dementsprechend kann ich jetzt nichts großartig sagen ob fehlteile vorkamen oder nicht denn es war einmal aufgebaut und ich weiß nicht ob der vorbesitzer falls fehlteile davon etwas ersetzt hat oder nicht was ich aber sagen kann ist die aufkleber die dabei sind hat er aufgebracht zum beispiel hier hinten auf den panels aufkleber sehen gut aus also von der qualität her sehen sie soweit ganz gut aus sind auch noch im super zustand da kann ich nicht meckern aber ja ich kann es euch halt nicht ohne aufkleber zeigen ja das also erstmal so zudem was man teil 1 gemacht haben und jetzt geht's mit bauabschnitt 6 weiter in dem bauabschnitt bauabschnitt geht es vorgängig um den hinteren teil drehen wir auf die seite oder zur seite hier das mittlere element damit geht es los panel dahinter ganz viele konnektoren die nach oben gebaut sind quersitzen technik bricks damit welche noppen haben wo man dann system steine draufsetzen können und dann kommt noch mal ein panel quer was auf konnektoren sitzt wenn wir jetzt da reingucken da seht ihr die roten achsen also wie gesagt viele konnektoren dann kommen hier flügel seitlich mehrere schichten sage ich mal nur 1 2 3 4 5 6 stück die werden dann per ax oder axpin an die ganzen konnektoren die wir da drunter setzen dran gesetzt dann kommt hier noch mal quer zweimal dran mit axpins benutzt oder befestigt danach gucken wir mal was überlegen genau kommen hier wieder von oben dann auf die konnektoren zwischen elemente darauf gesetzt bis man dann hier wieder technik bricks haben die diese riffelsteine als ja ich sag mal im enddeko dran haben mit zwei krallen oder griffen greifern da kommen dann rote stangen rein hätte ich mir in trans red gewünscht geben tut's die gerade auch bei go bricks habe ich bei mold king schon gesehen weiß ich nicht warum das sembo immer nicht benutzt außen panels dran auf beiden seiten und achso hier kommen auch noch mal rote bars rein auch wieder normal rot nicht trans red ja dann geht es hier oben weiter endlich sind hier diese liftarme fest da kommen nämlich die zwei pendels dran und die fixieren dann endlich mal diese zwei liftarme dass die hier nicht immer seitlich wegklappen da auch nicht wundern hier das element mit den zwei großen panels und hier den konnektoren dazwischen das wird erstmal einfach nur reingelegt und befestigt wenn man hier unten drunter einen dreier pin durchsteckt der dann den liftarm hier drunter befestigt bei dem panel sind fast schon typisch go bricks leichte schlieren drauf und da sieht man es mit dem radierer gehen die eigentlich immer weg ich habe jetzt auf die schnelle keinen gefunden gehabt muss ich nachher mal bei meinem sohn suchen und zu guter letzt dann hier der dreier auspuff oder das endrohr mit drei rundungen einfach auf nach oben drauf gesteckt hätte ich mir auch wieder gewünscht dass sie das platz silber oder für sogar verchromt machen ist dann halt doch mal noch so ein eyecatcher besser als dieses standard light blue grey oder hellgrau oder jetzt farbenlehrer und so ist nicht meins wird einfach nur drauf gesetzt und dann fertig ja und dann hier zwischendurch immer mal noch so kleine konnektoren und befestigungen hier noch ein paar krallen rein so klein kram halt nichts wildes das einzige worauf halt wirklich aufpassen müsst ist hier hinter diese ganzen konnektoren dass er die richtig rumdreht weil teilweise es auch so ist ein konnektor auf einem pin der wird dann rum gedreht auf einen anderen pin drauf und wenn das dann falsch rum ist dann kann sein dass ein stück zurückbauen müsste um das ganze wieder umzudrehen aber ein bisschen hingucken dann kriegt man das eigentlich hin und bleibt daran sitzt übrigens auf vier von diesen platen modifies oder wie die dinger heißen und einfach drauf gesetzt da also wieder so typisch mittig da wo man anfasst ist das was nur auf noppen sitzt da also hier seitlich unter die flügel da ist dann richtig stabilität dass man da auch anfassen kann gut weiter geht's schritt sieben war recht einseitig weil wir bauen fast nur auf der seite geht los hier vorne kommen auf beiden seiten noch die gelben ja sieht aus wie kanonen wird angesetzt nichts wildes dann habe ich euch unterschlagen im letzten bauschritt kam hier schon einmal hier diese querverbindung dran habe ich vergessen an sich hier unten was konnektoren das was hier so wackelt liftarm liftarm paar konnektoren dran wird dann hinten mit einem pin auf nehmen mit einem liftarm auf einem pin connector drauf gesetzt und ja wie gesagt hatte ich vergessen war man sich jetzt auch nichts wildes wo war ich genau also die zwei sachen kommen dann dann kommen die a-säulen dazu zwei konnektoren eine achse dazwischen hier noch mal ein halber in den zweier liftarm drauf da kommen dann später noch mal soft exits oder bars oder irgendwie sowas rein weiß ich gerade gar nicht glaubt soft exits sind sehen wir dann aber später dann ja panel liftarmen drauf hier zwei technik pricks mit einem pin noch mal schon mal drauf gesetzt wird wahrscheinlich später noch was dran gesetzt um noch mal panel drauf wird dann dran geschoben ist ein bisschen verwirrend weil in der anleitung hier die ganze zeit die akkubox mit abgedruckt ist also selbst wenn man es statisch baut sieht man halt immer die akkubox das verwirrt erstmal weil es anders aussieht aber wenn man sich dann die pfeile anguckt wo es hin soll und es gibt auch zwei bilder also das ist ziemlich deutlich gemacht muss man das da auf ein paar pins und achsen draufstecken und dann ist das element dran danach geht es hier oben weiter ach ne hinten kommt noch mal ein panel und ein paar konnektoren dran also auch wieder nichts wildes wird einfach nur auf konnektoren drauf gesteckt die zwei pendent kommt ran wackelt erstmal ganz schön hin und her wird dann stabil wenn hier das große element bis hier runter dran geht liftarme pendent verbunden an den liftarm dran nach unten ein paar konnektoren nochmal liftarm und panel an sich nichts kompliziertes das ganze zu befestigen dann schon weil es halt erstmal wackelt also ineinander beweglich ist und dann muss man auf verschiedenen ebenen und in verschiedene richtungen pins befestigen also da jetzt habe ich hinten gerade wo ist es da nicht mittig anfassen wo war ich genau das ganze drauf zu kriegen da muss man halt gucken dass das immer im richtigen winkel ist und dann steckt man das drauf stück für stück am besten ich habe hier unten angefangen dann nach oben durchgearbeitet man kann es ja alles ein bisschen biegen bis es dann fest war ja und dann geht es an die tür die hier noch so ein bisschen rumäumelt weil die dritte verbindung fehlt mache ich noch mal ab ja ich mache es noch mal ab das ist dann lässt sich besser zeigen jetzt muss ich mal gucken wo ist das hier da muss der bolt joint rauskommen und hier oben ein das die tür ich habe übrigens wieder jede menge pins getauscht hier sieht man würde man jede menge blau sehen und auch hier oben ist halt doof wenn das so offene die offene designs sind da würde das massiv auffallen aber ich zähle mal am ende wieder durch fängt hier unten an guck mal so rum die liftarme mit konnektoren dazwischen dann liftarm drauf da auch wieder konnektoren mit panel da haben wir ein kleines im kleinen flügel dann von der seite auch wieder hier aus konnektoren unter konstruktionen mit orangefarben den panels dran so baut man sich nach oben durch hier nochmal ein schwarzes panel mit konnektoren dran dass man hier den bogen hoch zur b-säule oder die b-säule hinkriegen und ja auch noch mal pendelt drauf viel kleinkram muss man halt immer gucken wackelt erstmal immer viel hin und her und dann hat man irgendwann bis hier oben noch mal ein paar system steine drauf sehen gut aus auch wenn sie halt wie gesagt schon gebraucht sind noch mal ein panel dran und dann wird das hier einmal mit dem frictionlosen pin und wo ist der ball joint ach der ist ja hängen geblieben verdammt jetzt muss ich überlegen wo der dran war ich glaube der war hier wo war der dran tja nur habe ich die anleitung nicht hier egal ich packe das jetzt erstmal hier rein jedenfalls hier muss ein ball joint dran der pin kommt hier oben rein und dann ist der letzte ball joint der ist noch nicht befestigt darum äumelt die tür halt so rum nach dem bauschritt und ist noch nicht wirklich funktionstüchtig aber dann bauen wir das jetzt hier mal kurz dran das muss wenigstens noch mal richtig in position packen können alles richtig drehen so der dran gucken gleich kriege ich es dann auch hin rauszufinden wo der ball joint muss weiter unten der musste hier unten irgendwo hin so wo macht es sinn Tür zu hier muss er rein so dann da befestigen und jetzt wenn der dritte ball joint fest wäre dann würde das ganze halt so aufzuklappen sein arretiert und dann kann man es wieder zu klappen in der motorisierten version könnte man es dann sogar richtig hoch runter fahren ja stellen wir es wieder damit es dann beim übergang besser passt richtig hin ja das also zu bauschritt 7 hier haben wir jetzt bauschritt 8 und 9 zusammen denn die beiden wiederholen ziemlich viel aus 7 plus ein bisschen extra aber der reiner im achten kommt dann auch wieder hier unten das große seitenelement dran das oben das seitenelement kommt dran der flügel kommt dran vorne der scheinwerfer wird für die andere seite gebaut und ja hier hinten noch ein paar konnektoren und so was kleinigkeiten dann geht es an die neuen da geht es los mit der tür die logischerweise baugleich mit der anderen ist und hier kommen noch mal softexels rein zwei stück da habe ich übrigens was geändert und zwar hier ist ein viertel pin drin ich hoffe ihr seht das so da hier in schwarz eigentlich ist er blau und da soll die noppe eigentlich nach oben zeigen dann würde aber die softexel hier so einen großen bogen machen weil man ja die noppe noch als zusätzliche distanz hat fand ich irgendwie doof darum habe ich den pin einfach von der anderen seite reingesteckt dann hält die softexel gut und ich finde so ist die linie besser getroffen das ist aber nur geschmackssache könnt ihr natürlich auch einfach so nach anleitung machen und die tür wird befestigt das heißt hier kommt noch mal so eine stange dran bolt joint hier unten bolt joint da oben und dann kann man das aufklappen und dann sollte es eigentlich gucken wir mal von der seite man macht es auf und zieht hoffentlich nicht die achse hier oben raus so und hier ist dann sieht man es da jetzt sieht man es da das klappt dann eigentlich um und hält die tür oben ich weiß nicht auf der fahrerseite klappt es irgendwie nicht so gut da muss ich nochmal gucken ob das ob ich da irgendwo morx gemacht habe weil auf der seite klappt das wesentlich besser und dann ist die tür offen und dann guckt man zack und macht sie wieder zu und macht sie wieder auf und hier unten da wo mein finger jetzt ist da sieht das auch wie es dann immer einhakt zu und jetzt mal langsam mache und wieder zu und jetzt habe ich hier oben ne habe ich hier jetzt den pin raus gezogen ja also generell muss man sagen die türkonstruktion ist recht wackelig muss ich mal gucken warum das hier und jetzt sind alle drei verbindungen da oder habe ich hier vorne und unten die verbindung ne die ist auch da es ist einfach wackelig aber mal gucken wie es dann ist am ende wenn man das ganze auf reifen stehen hat und hier der boden nicht im weg ist ihr habt zumindest das prinzip verstanden man kann die tür aufmachen sie arretiert weil das gelenk dann voll einschlägt und in die andere seite knicken will und dann steht die tür offen ja dann geht es weiter hier vorne zwei panels dran dann auch wieder hier logischerweise die soft exit und genau die seitenelemente kommen hier dran zwei große panels oben auf noppen kommen ein paar systemsteine wird dann einfach nur auf eine achsverbindung drauf gesteckt hier unten kommt nochmal ein technik prick der hinten auf den zwei kleinen falls euch noch dran hat einfach drauf gesteckt wird und eine fliese dran ja und dann zu guter letzt kommt hier oben die ein teil der motor abdeckung also lift arme dazwischen kriegen was ab zwei technik bricks damit wir dann hier die deko teile drauf setzen können panels die zwei sitzen einfach nur quer auf pins und hier oben auf einem connector noch und die haben konnektoren unten drunter und die werden dann auf achskonnektoren drauf gesetzt also hier achse mit gedreht pin konnektor sitzen hier in dem lift arm drinnen und da werden die drauf gesteckt ja und dann sollten wir lasst mich mal kurz überfliegen nee hier kommen noch soft exit dazwischen und ich glaube das soll eher dahinter genau hier noch soft exit und die soft exit habe ich erwähnt ja mehr war es nicht genau das also zu abschnitt acht und neun dann baue ich jetzt fertig und dann sehen wir uns gleich wieder ja zehn bauabschnitte durch 3629 teile verbaut hat nichts gefehlt aber so soll es auch sein bei einem gebrauchten set wenn der verkäufer sagt das ist alles komplett ja ging also komplett auf letzter abschnitt haben wir was verschoben so große front abdeckung die man nicht öffnen kann weil hier gehen soft exits drüber die sind im weg dementsprechend ja ist ja auch nichts drunter von daher kann man es einfach zulassen mittlere element also hier das panel lift arme links und rechts drunter dran dann hier außen ganz viele fünfer lift arme und zwischendurch immer mal ein paar konnektoren gesteckt seitlich dran stück für stück dann hier zwei pendels groß in schwarz auch da verbunden mit pins dann hinten über die konnektoren ja dann hier unten auch wieder lift arme dran gestapelt dann hier die zwei elemente dran das sind flügel die hier auch wieder an liftarm sitzen und drunter ist einfach nur ein konnektor mit max connector und das geht dann hier rüber auf das mittlere teil setzt man dann hier an vier pins einfach dran klappt es runter muss dann hier die an den kotflügeln vorbeischieben und dann kommen die soft exits hier drüber mittlere teil halterung für wiederum zwei soft exits dann hier hinten die abdeckung über motor kommt noch dran ja pennet zusammen konnektoren dran und von oben auf zwei pins drauf gesteckt und zu guter letzt der spoiler der ja ich weiß nicht ob das gewollt ist dass man das mittelteil ich zeige es mal von hinten dass man das ja bewegen kann aber letztendlich panel liftarme dran dann hier konnektoren quer und an den sitzen dann liftarme und die pendeln das ganze wird dann hier oben mit zwei achsen auf die gebogenen liftarme die hier hoch gesteuert hoch die hier rauskommen einfach axt durch gesteckt und dann ist es fertig ja dann zu guter letzt die felgen drauf in schwarz ich persönlich mag es nicht darum ich habe es auch irgendwo mal auf instagram gesehen ich finde den mit den silbernen felgen viel cooler das ist aber wiederum geschmackssache und außerdem muss man sie haben ansonsten die gibt es auf aliexpress oder so relativ günstig was mich aber stört ist dass sie so weit innen sitzen also die müssten meiner meinung nach nicht so quasi so weit raus also so hier ist vielleicht ein bisschen zu viel ist ja ungefähr ein halber pin muss ich mal gucken ob ich da irgendwie scheiben zwischensätze oder so so müsste das aussehen das ist so erstmal der erste kritikpunkt der mir auffällt wenn das ganze fertig ist dass mir die reifen zu weit innen sitzen muss ich das immer nur noch schnell wieder dran packen übrigens das hier sind keine drucke die wie einmal 1 run play unten fließen das sind auch aufkleber die drauf waren vom vorbesitzer ja dann jetzt noch mal gucken jetzt klappt das mit der tür auch auf der seite wo es zack und dann kann man sie wieder runter klappen wobei sie nicht wirklich schönen position fällt also das ist halt irgendwie aber gut das sind halt nur drei bewegliche punkte an denen es fest ist ja ist okay was kann ich noch sagen genau ich habe pins getauscht 28 axt pins und 42 3er pins und dafür ist er dann so ziemlich komplett nicht mehr blau also hier an ein zwei stellen wenn man so schräg rein guckt sieht man noch ein paar stellen oder auch von oben da hinten zum beispiel da so in der region aber ich sag mal wenn er so im regal steht ist es halt schon wesentlich besser als da wo man da und da und hier vorne blau und da unten und hier seitlich und hier hinten aber gut wie gesagt ist alles geschmackssache ihr wisst aber jetzt ungefähr so 30 40 also 30 achse 40 3er pins so die drehe müsstet ihr einplanen wenn ihr es halbwegs tauschen wollt ihr könnt natürlich auch alles tauschen aber das bleibt jedem selbst überlassen ansonsten war es ein schöner bau pli mal daumen 45 bis 45 dreiviertelstunde eine stunde pro abschnitt hochgerechnet also acht bis zehn stunden bauzeit je nachdem wer sich viel zeit lässt und noch nicht so viel erfahrung hat wird länger brauchen wer sein hardcore bauer ist und sich da voll reinhängt wird den vielleicht auch schon in sechs sieben stunden durchgebaut haben so in etwa kann man sich das denken ansonsten war ein schöner bau war ein entspannter bau war jetzt nicht viel extrem kompliziertes dabei ein zwei stellen wo man mal überlegen musste aber ja das ging eigentlich alles gut sind also durch der senna in 1 zu 8 ist damit auch fertig und ich bedanke mich wie immer fürs zusehen ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja ihr wisst gerne daumen da lassen oder falls ihr noch keine abonnenten seid gesellt euch dazu drückt auf den abo knopf und vielleicht noch das glöckchen dann kriegt ihr mal eine benachrichtigung wenn neues video online ist gut so viel von mir ich wünsche euch noch einen schönen tag bis zum nächsten mal